Hallo Leute, willkommen zu Pikachu. Jetzt geht's los, die Siegesstraße. Wie mir gilt, wenn euch gefällt, was ihr seht und ihn schon zu unterstützen wollt, lasst euch einen Daumen nach oben und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und mir vor allem sehr helfen. Ja, hier drin dürfen wir Rätselchen lösen. Weiß nur gerade gar nicht mehr, wo wir hier... Da, da fangen wir an, okay. Und hier drin gibt es Lavados. Die Siegesstraße ist nicht wirklich lang, aber sie könnte nervig werden. Das erste Tor ist offen. Wir können hier also weiter. Die Wand ist verschwunden unterwegs, somit frei. Ich hoffe, ich finde Lavados auch direkt. Beschwören kann ich es natürlich nicht. Da gibt es zwei Items, die will ich haben. Und wir können hier wilde Maschok fangen. Maschok! Ich hasse es, wenn die das machen. Ich hasse es einfach. Die springen und dann machen sie eine Animation. Aber es bleibt wenigstens drin, das Ausgleich dafür. Es hat seinen Fehler erkannt und es bleibt drin. Sehr schön. 814 EP. Level 59 für Giflor. Ja, mit etwas Glück erreichen wir Level 60 doch noch. Hier drin. Der Gürtel und seine Hüfte dient dazu, seine Kraft zu begrenzen. Ohne ihn wäre Maschok nicht zu bändigen. Hi. Ich seh nämlich nach einem Kampf. Seh jetzt nicht auch nach einem Kampf? Ja, ich will kämpfen. Nun denn, die Zeit für einen Kampf ist gekommen. Es ist Zeit für ein Duell. Falsches Spielkollege, das ist was anderes. Der mit Karten, egal. Das mache ich halt auch irgendwann. Jugo. Bisschen Legacy auf der Duelist oder so. Bis Ende 5Ds. Oder das Neue. Da kommt ein neues raus. Genau, das können wir uns angucken auf dem Kanal. Wenn das nach Deutschland kommt. Äh, ähm, äh, pfff. Machen wir mal Server. Ne? Ne? Wandelung. Wow. Server! Ui! Platsch! Ja, gut. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Dann, ähm, Giflor. Dann kann ich gleich mal ein bisschen heilen. Deine Mega-Sauger. Da, da. Bam, 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 bam. Das wird dir nichts nutzen, Kollege. Oh, scheiße. Er hat ja meine Attacken. Stimmt ja! Jetzt habe ich in der Sekunde ein bisschen aus den Augen verloren. Unter Umständen. Peinlich. Aber gut, nichts zu ändern. Oh, Mann. Snowy, kannst du dieses Aquana bitte erledigen? Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Bedehigt. Und Tschüss. Bam! Oh, hat überlebt. Wow. Respekt und Anerkennung. Gut gemacht, Snowy. Ah, dann, 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 dann halt nochmal, ne? Also, los. Ich sag ja, Aquana ist ein verdammter Tank. Einfach überwältigend. 4.900 Poké-Dollar. Ein versücklicher Kampf. Dafür hast du das hier verdient. Zehn Pikachu-Bonbons. Yay! Wie bei Gelegenheit würde ich das gerne wiederholen. Das heißt, wir können Pikachu boosten. Mit Pikachu-Bonbons. So haben wir die jetzt. Pikachu-Bonbons. Zehn Stück. Haben sogar Schanera-Bonbons, wenn ich Schanera weggeschickt habe. Ich hatte nämlich 4 Schanera getroffen während dem Training. Am Stück. Danach nie wieder eins. Es ist nie wieder eins gespawnt. In einer halben Stunde nicht. Naja. Der Mark-Goldbart, kannst du dich mal ver... Danke. Ich würde mich gerne vorbei. Okay, welches Item wollen wir haben? Das oben oder das links? Sie können nur eins von beiden kriegen. Ich bin für das links. Ein Blattstein. Ja, von dem haben wir nichts. Toll. Ich kann meine, ich bin nicht mehr für viel Geld verkaufen, weil da einfach nichts wert ist. Hallo, Kleinstein. Lange nicht gesehen, Kollege. Du bist mir aber egal. So, weiter geht's den lustigen Kämpfen. Ich hätte Giflo wiederbeleben sollen, ne? Ich schrotze noch vor Selbstvertrauen. Glaubst du, du kannst mit mir aufnehmen? Werden wir sehen. Madame, werden wir sehen. Was hast du denn anzubieten? Naomi. Naomi? Ein Kangama. Es hätte ein Teammitglied werden sollen, aber ich hab's leider nicht getroffen. Ich konnte es nicht ändern. Es ist ja nicht gespawnt. Du bist normal. Du bist nicht mal Boden oder so. Das ist natürlich nicht so clever. Aber egal. Aquana schafft das. Ich vertraue Aquana. Das wird wehtun. Joa, geht. Geht. Surfer! Spül es weg, das Kangama. Vielleicht können wir hier sogar auch Kangama treffen. Weiß es gar nicht. Es gibt ja immer so ein paar Secret-Pokémon, die offiziell gar nicht an dem Ort sind. Ein Bisa-Floor. Yo. Das ist Glurax-Baustelle. Jetzt kann ich mal beweisen, wer der bessere Starter ist. Nein, First-Gen-Starter sind alle drei geil. Bisa-Floor. Lammelnwurf. Da brauchst du nicht mega entwickeln. Wobei ich Smedboot den auch fertig machen können, Psychogenese. Vierfach Schaden. Weil doppelte Effektivität. Weil Pflanze Gift. Smedbo 58. Sehr gut. Halloran. Aber mal sowas von. So, und jetzt kommt Gift-Floor zurück ins Leben. Medizintasche Top-Beleber. Haben wir das irgendwo? So, zufälligerweise, ja, drei Stück. Alles klar. Sorry, Gift-Floor, es war mein Fehler. Deswegen verdienst du dir auch dieses teure Item. So. Dann haben wir hier den... Na, wo muss denn der hin? Einfach nur so, oder was? Ist kein Schalter. Ne. Einfach nur ein Shortcut. Okay. Das ist ein Georock. Haben wir aber auch schon gefangen. Ist also relativ egal. Hey. Du siehst aus, hättest du was drauf. Wie wär's mit einem Kräftemessen? Das ist ein Georock. Astrina Logan fuhr ich heraus. Galoppa. Oh. Gefundenes Fressen für Aquana. Aber danach brauchst du auch Heilung, glaube ich. Weil Galoppa wird schneller sein. Definitiv. Galoppa ist sauschnell. Nein. Was hast du mit deinem Galoppa gemacht, Kollege? Dass das so langsam ist. Was für ein... Was für eine Lusche bist du denn? Ich beschwere mich nicht, aber hey. Ein Sarsenia. Hätte auch ein Teammitglied werden sollen. Aber es gibt hier keinen Knopenser. Da hätte ich jetzt GoEboli spielen müssen. Naja. Das sind halt Pläne, die nicht immer aufgehen. Und ich wollte ja bewusst semi-blind daran gehen. Und nicht vorher mich überall schlau machen über alles möglich. Ich finde das langweilig. Vielleicht ja ein strahlender Diamant. Wer weiß das schon. Habe ich gerade strahlender Diamant angekündigt? Glaube ja. Ein Pokémon macht ja Spaß. Nein, ich wollte doch... Ich habe mich verklickt. Ich wollte A drücken und bin immer meinen fetten Wurstfingern auf B gekommen. Weil der Joy-Con so fucking klein ist. Dann habe ich gar nicht mal so große Hände. Ich habe eigentlich sogar relativ kleine Hände. Aber... Das reicht halt trotzdem aus. Weil du ja ständig mit deinem Daumen auf zwei Knöpfen bist. Scheiße. Aua. Komm schon, Elektrik. Beweise nicht. Donnerschlag. Ja, du bist eine Enttäuschung, Elektrik. Wir sollen immer gesagt haben, du bist eine Enttäuschung. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schmeiße Elektrik aus dem Tee. Das kann... Das ist einfach... Das... Nee. Nee, das funktioniert nicht. Sorry. Äh... Ach Gott. Mach einen Plätscher-Surfer. Komm. Wuii. Batz. Kaputt. Ich weiß, Dami ist stark. Keine Frage. Aber trotzdem, seine Leistungen bislang waren so ein bisschen... Äh. Äh. Überzeugt mich einfach nicht. In diesem Sinne... Gucken wir doch mal, wen wir reinnehmen könnten für Elektrik. Wer vom Level her überhaupt in der Range wäre, da reinzukommen. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Wir haben leider keinen Bonita in dem Level-Bereich. Aber Feuer haben wir ja eh schon. Krabby. Zapdos ist ein großes Zapdos. Das heißt, der hat sogar ein bisschen Bonus. Aber wir haben ja schon Elektronenflug. Brauchen wir nicht wirklich. Lamus. 41. Naja, passt nicht. Was ist mit... Die sind alle zu schwach, ne? Maschok. 43. Wir könnten Arktos reinnehmen, tatsächlich. Einfach so als Eis-Variante. Das ist eh nur eine Variante, die wir jetzt drin haben. Brauchen tun wir da auf dem Spot eigentlich niemanden so richtig. Hm. Zapdos oder Arktos? Wie gesagt, das ist nur so als Option. Das ist nicht weiter wirklich wichtig. Aber Elektrik, du bist leider... Du hast dich leider disqualifiziert. Du hast halt nur versagt. Hier wird einmal Arktos mit ins Team. So. Für... Whatever. Wirklich zum Einsatz kommen wird er wahrscheinlich nicht. Oh, die Liga wird sehr interessant, Leute. Hier wird es sehr interessant. Snowy fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich eingeschüchtert. Oh. Oh. Er ist hier, Leute. Er ist da drüben, auf der anderen Seite. Aber wir kommen von hier aus nicht dahin. Glück gehabt. Oh. Ölix. Mach dich mal weg da. Ich muss da vorbei. Deine Späßchen hat mich schon genug gemobbt. So. Bämst. Also. Halsche Seite. So. Bämst. Und. Bämst. Klick. Oh, ein Psychotiker. Das heißt, da müsste es zum Madbo mal ran. Bewegen. Ich könnte ja, um Arktos mindestens ein bisschen nützlicher zu machen, ihm die Sonderbonbons reinknallen. Die wir eh für nichts anderes brauchen. Also eh nur zwei Stück. Siehst du mal. Haha. 51. Und 52. An mehr bekommst du nicht. An mehr haben wir nicht. So. Weiter geht. Ach, dich mal recht da. Du möchtest die Top 4 herausfordern, stimmt's? Ich lache. Naja, mal sehen, was du so kannst. Jongleur Nino. Ein Hypno. Kein Problem für mein Smedbo. Ein Käferbiss und das Ding ist Geschichte. Käfer. Oder Käfergebrumm. Käfergebrumm. Hä, hä. Ich weiß nicht, ob der mit dem Käfergebrumm down geht. Wir werden es probieren. Käfergebrumm. Doch. Hast du mit, boh? Hast du Bock, hä? Hast du ein bisschen Frust, der raus muss auf den beiden Arenen, die dir nicht gegönnt wurden. Du hast es drauf. Yeah. Ich glaube, es wird mir mal ein bisschen wütend. Und da hinten ist Lavados, aber da kommen wir noch nicht hin. Leider. Äh, du bist Kampf. Das kannst du Smedbo eigentlich auch. Hey. Das hier ist die Siegestraße. Die ultimative Prüfung für jeden Trainer. Chill. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Schwarzgurt Kenji. Aber wie steht ihr eigentlich dazu? So langsam sind wir auf der Zielgeraden. Dann sind wir noch die Top 4. Dann noch die Azuria-Höhle. Dann auf jeden Fall noch Pokémon-Trainerin Grün und Trainer Blau. Rot ist ein bisschen was für notwendig. Weiß ich nicht, ob ich den machen möchte. Da will ich also nichts versprechen. Aber auf jeden Fall, es ist nicht mehr allzu viel. Äh, ja, ja. Der ist zwar Kampf, aber der ist auch Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob Smedbo das schafft. Ich meine, wir können es riskieren. Ja. Aber der könnte uns auch böse wehtun, der Kollege. Also, der gerade so hat er es überlebt. Au. Dafür kriegst du den ultimativen Todesstoß. Psychokinese. Er hat mit einem KP ja da überlebt. Hm, 1080. Aquana erreicht Level 60. Unser erstes Level 60 Pokémon. Ich habe euch nicht vorgelegt, was er gesagt hat. Er ist ja erwascht. Es ist ja erwascht. Ja, Leute. Aber wie es hier weitergeht in der Siegesstraße, das ist ja dann am nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr müsst dabei sein. Und macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Ciao.